So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück, am Stück weit Rissen. Wir haben noch ein paar Sachen gemacht. Genau, wir haben, glaube ich, ein Schwert noch gebaut. Kann das sein? Sehntrinker. 80 Damage. 75, 66, 80. Kein Schwert, Bastard. Wir haben auf jeden Fall alle Teile. Gehen wir jetzt einfach zurück in die Vulkanfestung. Ehrlich gesagt, ne, Vulkanfestung, doch, Vulkanfestung. Muss nie so, oh Gott. Ah, jetzt. Okay. Vulkankräuter war das nicht das, was wir brauchen? Ansonsten gehen wir einfach Vulkanfestung. Uff, ne, völlig falsch. Okay, Vulkanfestung. Dann bring die Aufgabe jetzt in uns. Yo, Spiel abgestürzt. Geil, bis gleich. So, auf ein neues. Dann nochmal in die Vulkanfestung. Vulkanfestung. Meine Fresse. So. Momentan eine Teleportation. Kamehameha. Geht. Hä? Warte mal. Das wird völlig falsch. Da ist die Vulkanfestung. Jetzt. Meine Fresse. Jetzt sind wir richtig. Müssen zwar ein Stückchen laufen, aber es ist nicht schlimm. Wir haben Frets dabei. Telekinese dabei. Stärke. Aber wirklich alles? Äh. Mit Patty zum großen Wasserfall. Haben wir ja alles. Mit Esteban soll man noch reden. Okay. Achso. Wahrscheinlich deswegen in der Stadt. Wo war es denn? Hafenstadt da. Sorry. Dann machen wir erstmal noch kurz das. Und Patty war auch mit uns dabei. Ja, aber die haben sie dann mit begleitet. Die Tante. Die Nudel. Hui. So. Abkürzen. Hui. Meinst du, was verfolgt wird. Hui. Abrollen. Ich glaube, ich wollte ja noch schlafen in der Runde, ne? Müssen wir erstmal zu MC Don. Der Gado. Irgendwer anders. Tony. Warte mal. Du wahrscheinlich da drüben trocken auf dem Thron, oder? Ich glaube, mit dem haben wir gequatscht. Dämmert es mir gerade. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Hm. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich, hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hiermit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Okay, danke. Gut. Hm. Was ist das? Stärke. Können die ja. Rüthenschilling, Minze. Ja, so einen komischen anderen haben wir leider nicht. Und Patty will uns im Kampf unterstützen. Dann müssen wir uns in das Banditenlager zurück. Den ganzen Weg rennen. Uff. Äh. Egal, wegen dem Vulkanfest, wo wir uns auch immer das Solo-Cue'n können. Wenn es klappt, ist ja auch recht. Wir haben ja noch Fred. Oder Freds, wohlbemerkt. Stärke beläuft sich auf 107. Naja. Naja, gut. Wenn man da noch die Tarnrüstung alles anhaben. Könnte es besser werden, aber abwarten. Weil das könnte ja eigentlich der letzte Runets werden. Und wenn es interessant läuft, sind wir uns 20 Minuten durch. Weiß ich aber. Ich kann sagen, es geht noch länger. Ich habe echt kein Blatt. Ich habe Brissens noch nie gespielt. Wie man weiß, sieht, mitbekommen hat. Weil sonst hätte ich mir nicht die ganzen, ähm... Kobold-Gedönsdinger aufgehoben. Und Flatsch. Hehehe. Ähm. Ja. Kobold? Nee. Ogorwurzel, die Westigen heißt auf jeden Fall, dass wir stärker werden. Die hätte ich mir eine aufgehoben. Kompletter. Gott. Wie stark wir jetzt wären. Meine Fresse. Wir wären unzerstörbar. Ich hätte es echt nicht einsetzen dürfen. Ach, Bruder, echt jetzt? Ich werde dich zerschmettern. Ja, genau. Das meine ich. Ordenskrieger, es geht. Oh, ja. 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 War mir her. Ja. So. Dieser durchschlagende Heap ist echt mega. Ich denke, wir haben auch einige. Das heißt, einige ist bedingt. Setzen wir ja die mal ein. Ist zwar ein bisschen OP, aber ist ja egal. Da ist sie. Mal speichern. Hallo. Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Nein, noch nicht. Dann beeile dich. Hä? Was fehlt uns denn? Hammer des Titan-Lords. Helm. Rüstung. Schild. Eins, zwei, drei, vier. Oh doch. Fünf fehlt. Fuck. Scheiße. Wo war man noch nicht? Wir waren da auf jeden Fall. Wir waren da. Wir waren am Wasserfall. Ich habe irgendeinen vergessen. Scheiße. Jetzt die Frage natürlich, wo. Uff. Äh, ja. Wir waren auch da dahinter. Das weiß ich. Mit meinem Paddy am Wasserfall. Da kann es eigentlich nur noch da oben einer gewesen sein. Ich dachte, ich mir auch gerade ganz still und heimlich. Hey, wir haben dann noch so ein, ähm. Äh. So ein Schild kaputtmacher da, ne? Scheiße. Irgendwo da oben in der Höhle sein. Oh, fuck. Das ist jetzt richtig kacke. Aber ich meine, wir waren hier auch schon. Also, jetzt muss ich jetzt echt kurz nachschauen, wo man die Teile findet. Was hier drin waren wir? Oder war es bei Paddy am Wasserfall, wo ich so dumm gebeutelt habe? Äh, ich bin gleich wieder. Da, Sekunde, bitte. So, äh, Wasserfall fehlt. Wasserfall fehlt. Okay. Warum bin ich damals zurückgegangen? Weil ich am Arsch war? Weil ich keine Freeds mehr hatte? Weil ich geragequilltet bin? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ich habe gerade nachgeschaut, nämlich kurz. Äh, nja. Weil das Schwert haben wir auf jeden Fall. Weil es gibt ja Titan-Schwert. Gut, Titan-Schwert. Äh, äh, Titan-Achse. Titan-Hammer. Dann gibt es noch ein paar andere Teile, aber es fehlt Brust und Bein auf jeden Fall. Können wir mal. Was macht denn das? 120. Holy shit. Aber wir haben keine Trainee-Punkte mehr. Axtkampf. Du kannst Eingriff auflernen. Äh, das müsste man vielleicht lernen. Na ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zum Wasserfall hinwackeln. Äh. Wir könnten aber, war das nicht der westliche Tempel? Wir schauen mal kurz. Dann brauchen wir uns vielleicht ein, zwei Sachen hin und her. Aber, ich glaube, es würde schneller gehen. Ja, bedingt. Weil der Wasserfall ist da. Haben wir was mit nordwestlich? Nordost. Hafenstadt. Banditenlager. Barriere zu stören. Na, okay. Ich denke mal kurz zu Fuß. Warum habe ich das nicht gemacht? Ist ja egal. Müssen wir nochmal hinlaufen. Sorry. Ich hätte mir eventuell den letzten Teil der Aufnahme ansehen sollen. Ich glaube, das sollte ich zukünftig machen, wenn ich länger würde er nicht aufnehmen. Damit ich weiß, was los ist. Ah. Shit. Na ja, gut. Ist nun mal so. Wir wackeln da in den Zähnen. Paddy kommt ja eh nicht mit. Und von daher ist es ja relativ. Ja, ich kenne den Weg schon. Sind wir schon ein paar Mal gelaufen. Hö, 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 hö. Genau, ein bisschen abkürzen. So ist es nicht. Hui. Ich will aber eine Ogrewurzel. Ogrewurzel. Ich will eine Ogrewurzel haben. Dann werden wir stärker. Da springe ich nicht runter, sonst bin ich tot. Deswegen laufen wir da lang. Wenn auch wir runter springen, müssen wir hier anzwischen schnell aufpassen. Wenn man sich dann abrollt, sonst geht er runter, dann war es das. Wir sind so ein Protagonisten. Ich werde mal nachschauen, wie das eigentlich heißt. Wasser drin bringt wahrscheinlich nochmal viel, ne? Für das Wort Mana auf. Nö. Ich glaube, nee, macht es auch nämlich sichtbar voller. Echsen-Schwörter. Gut, gib mal mit. Warum habe ich das nicht? Ach, da waren Echsen noch und ich hatte kein Fred mehr. Das war das. Ich glaube, das war das Problem. Wer es richtig weiß. Das war nicht der Knackpunkt. Ich habe Fred alleine gelassen. Haben wir letzten Fred gespawnt unten, ne? Und habe dann gesehen, dass du noch Viecher stehen und dachte mir so, okay. Fuck you. Dann sehen sie mal weggeportet. Hi, Patty. Du, hör mal. Ich denke, für mich ist hier Schluss. Die ganze Geschichte ist mir doch ein wenig zu heftig. Na schön, ich gehe allein weiter. Hinter dem Wasserfall, da muss ich das Grab befinden, was ich suche. Mach das. Ich hoffe, du kommst da in einem Stück wieder raus. Ich werde hier auf dich warten. Okay, gut. Pass, perfekt. Dann bin ich die Feste aber ledig. So, müssen wir nicht da lang. Geht's bei euch? Ach, hier schmeißt kurz eine Fackelein. Wir haben ja ein paar. Und kurz eine andere Sache noch. Einstellung, Spiel. FPS. Okay, stimmt noch. Nicht, dass ich mich umgestellt hätte oder so. Also, weil man nicht Windows-Update hat und man weiß ja nie, was Windows-Update so abgeht. Ein, die verklappern wir jetzt ja schön. So, da war die Asche-Bestie damals. Und da müssen wir auch. Wird witzig. Nee, das haben wir gecleant noch. Haben wir noch gecleant. Okay, gut. Ich dachte gerade. Uff. Bruder. Ich hab nicht mehr genug Mahner. Echt jetzt? Dann trink was. Wobei, das ist nur einer. Den kann man auch packen. Hallo, Schwert, du Depp. Ach, jetzt halt die Fresse mal. Missvieh. Oh, da haben wir nicht abgebaut. Okay. Interessant. Mehr ist nicht zu holen. Si, senor. Ich würde mir gern trotzdem einen Fred holen, kurz. Weil sicher ist sicher. Man kann nie zu wenige Freds haben. Ja, uff. Da unten ist ne Trap. Und nochmal ne Trap. Ne Trap bei einer Trap. Uff. Buck da jetzt. Legt mich doch am Arsch. Ich hoffe, in Risen 2 wird's besser. Spiel mal auch noch. Und dann spielen wir noch Risen 3. Und dann haben wir wieder Storch. Die Risen Trilogie. Dann können sie natürlich jetzt was ganz bequemes machen. Die einfach killen. Ach du Scheiße. Kannst du dir vergessen. Götter, haben wir keine Chance vorbeizukommen. Müssen wir rönderspringen, also. Gut. Das sind ja keine Monster mehr. Ach doch, da schleichen sie rum. Kommt Fred nicht mit. Ich hoffe, der kommt noch. Ritenschilling. Nett. Müssen wir da jetzt durchkommen. Gibt's hier einen geheimen Weg oder so? Habe ich hier irgendwas verpasst? Äh. Äh. Au. Auf. Hol raus. Hol's doch jetzt raus, du Depp. Bruder, meine Fresse. Oh, ja. Uff. Speichern. Hahaha. Ei, ei, ei. Nochmal ein. Und nochmal ein. Und speichern. Gut. Ja, hier ist Scheiße. Nun glaube ich, wenn du so ein Fliegegedönst da. Ja, perfekt. Ebel. Ebel. Jetzt kommt ein gewisser Abstand wieder runter. Okay. Gut durchgekommen sind wir. Jetzt kommt es wieder so runter. Das sehe ich jetzt schon. Oh, wir machen uns kurz ein Fred bei. Und los geht's. 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 Vielen Dank.